Hallo, hier ist die Angela. Schön, dass du da bist. Ich gebe dir in den folgenden kurzen Minuten einen kleinen geheimen Einblick in unseren Immunsystem Bußkurs, damit du überhaupt weißt, was dich erwartet. Wenn du den Kurs kaufst, erhältst du einen Login. Dieser Login bringt dich auf diese Willkommensseite, die ich dir im Schnellverfahren einmal zeige. Auf dieser Willkommensseite findest du zum Beispiel unsere goldenen Regeln, die du befolgen kannst, wenn du maximal von unserem Kurs profitieren willst. Außerdem unsere bekannten sieben Schritte. Bei uns bei Reset Yourself hat jeder Tag sieben Schritte. Ich erkläre dir diese hier ganz genau, damit du auch verstehst, warum es so wichtig und essentiell ist, diese auch umzusetzen. So und dann, und das ist eine der schönsten Dinge hier, zeige ich dir ganz kurz, ist unsere Download Area. Auf der Download Area, da siehst du zum Beispiel alle Rezepte für die ganze Woche für dich zum Ausdrucken, einen Überblick in einer Excel-Liste, Einkaufslisten. Wir geben dir Einkaufslisten an die Hand und zwar zwei Stück pro Woche, mit denen du ganz einfach, ohne irgendetwas rausschreiben zu müssen, in den nächsten Supermarkt gehen kannst und alles kaufen kannst, was du für unseren Kurs brauchst. Außerdem habe ich hier einen extra Tipp für Nahrungsergänzungsmittel und Geräteempfehlungen, wenn es dich interessiert. Und du kannst auch hier unsere Meditationen schon runterladen, die ich dir aber jetzt nochmal zeige, denn ich gehe auf den ersten Tag mit dir drauf. Wenn du auf den ersten Tag klickst, dann öffnet sich zum Beispiel dieses Fenster. Hier siehst du, jeden Morgen gibt es eine Dankbarkeitsübung für dich und eine Atemmeditation für den Abend. Außerdem beinhaltet jeder Tag ein Video, ein Virenschutzprogramm-Video, mit dem du dich und deine Liebsten vor Bakterien und Viren schützen kannst. Sieben verschiedene Videos mit verschiedenen Tipps, jeden Tag ein neuer. So und hier siehst du unsere sieben Steps. Jeder Tag beginnt mit zwei Reinigungsdrinks, die ganz wichtig sind und deine Abwehr ankurbeln können. Dann geht es weiter mit einem Smoothie-Rezept, einem Frühstück. Wenn du nicht so viel Hunger hast, kannst du zum Beispiel eins von beiden weglassen. Und jetzt kommen wir mal zum Lunch und ich zeige dir mal, wie ganz genau unsere Rezepte hier funktionieren. Also auf der rechten Seite siehst du ein Rezept. Da kannst du draufklicken, dann wird es groß. Jetzt kannst du es dir entweder auf dem Laptop oder auf dem Handy anschauen oder auch ausdrucken. Und dann siehst du hier auf der linken Seite ein Video von jedem Rezept. Wenn wir da mal drauf gehen, dann gehe ich zum Beispiel jetzt mal hier so in die Mitte rein. Dann siehst du, da siehst du genau, wie alles funktioniert und zwar im Schnellverfahren. So schnell habe ich natürlich nicht gekocht. Alle Videos sind ungefähr zwei Minuten lang und machen auch richtig Spaß, sich das vorher anzuschauen, damit du wirklich genau weißt, was sich erwartet. Aber was ich dir schon mal sagen kann ist, dass das Schöne ist, unsere Rezepte sind so aufgebaut, dass sie für jeden, wirklich jeden Kochmuffel, jeden Kochanfänger ganz einfach nachzukochen sind. So und so sehen die Tage aus. Wir haben natürlich sieben Tage. In jedem der sieben Tage ist was anderes hinterlegt. Aber so kommst du durch unseren Kurs und das ist das, was dich erwartet. Dazu noch jede Menge Tipps, die auch noch versteckt sind. Und außerdem hast du die Möglichkeit, mit mir in einer Community und zwar auf Facebook und auf Instagram zu kommunizieren. Und ich gehe auch einmal die Woche live für jede Frage, die es gibt. Du kannst mich aber auch jederzeit per E-Mail kontaktieren. So und was da schön ist an dem Kurs? Du kannst ihn unbegrenzt nutzen. Also solange du möchtest und so oft du möchtest. Und ich würde dir wirklich raten, das ist ja eine Art Entgiftung und auch Abwehrstärkeaufbau, das mindestens zweimal im Jahr zu tun. Ja und wenn du vielleicht eine liebe Freundin bei dir wohnen hast oder mit deiner Familie zusammen wohnst, dann könnt ihr das auch einfach zusammen machen. Es macht riesig Spaß. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg dabei. Solltest du Fragen haben, auch vorab noch, melde dich jederzeit bei mir. Tschüss! 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 Tschüss!